hallo leute willkommen zurück bei clash of clans wir haben ein bisschen federn müssen der letzte angreifer hat uns im moment stopp hier 20 pokale gezogen und dementsprechend müssen wir jetzt wieder also eine sache wollte ich noch mit euch erreichen ich dachte mir wir erreichen noch einmal kurz champions league passend zu em eine hochkarätige liga jetzt fehlen uns aber wieder 29 punkte und da müssen wir schauen ob wir da noch mal dran kommen sind von den punkten sind wir ganz gut auch wir haben sogar alles voll ja einen guten angriff kriegen wir hin okay dann schauen wir einfach mal das ist nicht so gut wäre vom dunklen gut gewesen aber nicht um punkte einzufahren was hat der ane der ist zu gut ausgebaut da kommen wir nicht rein sieht nett aus aber das hätten wir nicht geschafft da hätten wir nur an die tür geklopft und das wäre alles gewesen der hier sieht gut aus das sieht gut aus den holen wir uns so los geht's schauen wir mal wie weit wir kommen aber bisschen was müssten wir hier reißen wobei die mauern schon sehr heftig sind hoffentlich klappt das die queen gibt schon mal gas wir haben auch eine elfer queen als gegnerin die frage ist wir müssen ein bisschen investieren wir werden hier einfach paar so hoffentlich reicht das noch wo das war schon mal knapp so jetzt kommt die verteidigung okay nein der ist schon mal draußen das ist gut wir überleben das auch das müsste eigentlich passen jetzt hauen wir noch die anderen rein hoffentlich klappt das noch noch ein heal jetzt in die mitte ziehen wäre toll ja das ist nicht in die mitte oder nee nicht so ganz aber jetzt kommen die das ist doch super gelaufen da kann man nicht mehr kann alles klar leute ich würde sagen das reicht fürs erste und wir sehen uns beim nächsten mal wieder macht's gut bis zum nächsten mal tschau